Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Schützenstraße Schützenstraße Nächste Haltestelle Schützenstraße 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 Das war's für heute. Nächste Halbeschwelle, Runterstraße. Und dann müsste ich mir eine Taxi bestellen, dass ich nach Hause kann. Okay, dann sehen wir uns gleich. Ich freue mich, tschau. Nächste Halbeschwelle, Luisenstraße, Stadtwerke. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste alte Stelle, Berliner Platz. Bitte beachten Sie die medizinische Maskenpflicht im gesamten Glück die Mkau. Die Mkau. Die Mkau. Das war's für heute. Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle